Und so sieht das doch von oben aus, Leute, guckt euch das an. Oh, hier, machen wir mal kurz F1, so. Hey, 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 halli, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. Ich bin ganz alleine, denn heute ist Samstag und ich nehme am Samstag auf. Und auch ganz spät, es ist mich viertel nach fünf und deswegen wird das Video wahrscheinlich auch nicht um 18 Uhr online gewesen sein. Denn auf jeden Fall, ich weiß, ich bewege mich ganz komisch und ich habe auch noch den alten Skin hier drin. Den Bastikalle Skin, obwohl meine Füße irgendwie gleich sind. Ach, ganz komisch. Auf jeden Fall, Leute. Nein, jetzt mach ich mal, ich mach es mal Seite. Auf jeden Fall kam das Video heute ein bisschen später oder kommt das Video ein bisschen später, weil ich Besuch hatte und ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Und wenn ich natürlich Besuch habe, fange ich an, einfach mittendrin aufzunehmen. Und deswegen sind wir auch so spät dran. Und ich würde nur sagen, bevor wir jetzt hier noch irgendwelchen Blödsinn labern und groß rum schnacken, machen wir am besten auch gleich weiter. Also ich will mal ganz kurz gucken, wie voll die Kiste mittlerweile wieder ist, weil gestern haben wir Amethos und Duffy aufgenommen. Und ich könnte mal was Essen vertragen. Nicht wundern, Leute, ich höre in letzter Zeit richtig viel Alligator ab. Oh mein Gott, das ist einfach so geil. Für Leute, die nicht wissen, wer das ist, ihr kennt sicher das Lied Willst du mit mir Drogen nehmen? Der hat das gemacht und der hat auch viele andere geile Lieder. Dieses Willst du, also das Lied Willst du, das hört mir nicht so gerne an, es ist so ausgelutscht, aber die ganzen anderen Lieder, die sind so mega nice. Kann ich nur empfehlen. Und alter, Amethos ist ein Haus, das sieht aus, Junge, 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 hat er aber echt schick gemacht. Das gefällt mir auf jeden Fall. Nice. Wollen wir mal kurz gucken, das Dach hat er sicherlich fertig gemacht, oder? Oh ja, oh ja, alter, alter Schwede. Hier geht es ja richtig ab. Alter, Amethos hat richtig losgelegt letztes Mal. Ich war ja nicht dabei, da ich ja in der Shisha-Bar war gestern und klatsch. Und ich habe nebenbei noch ein bisschen was gemacht, Konzept schreiben und etc. Ja, deswegen war ich gestern nicht dabei. Also die Folge, die heute bei Amethos kommt, da bin ich nicht dabei. Weil ich nehme ja immer freitags, einen Tag vorher auf. Das gefällt mir echt schick, schick. Ah, hier noch die Kiste. Okay, benutze ich jetzt so ein bisschen als Lager. Aber es ist echt schick, gefällt mir auf jeden Fall. Nice. Ah, er hat das mit den... Aha, nice. Er hat das nicht mit den, mit den, ähm, Karpendersblöcken gemacht. Naja, mit den Zimmermannsblöcken, Sondern mit, mit diesen, mit den, äh, geschnittenen... Mit der Säge hat er das zugemacht. Natürlich echt... Da spart man auf jeden Fall Stein. Das ist natürlich nice. Es ist... Ah, von mir sieht richtig schick aus. Irgendwie, ne? Der Baum guckt noch ein bisschen durch. Das finde ich richtig lustig. So, äh, nee, hier. So, so kommen wir wieder raus. Nice. Aber ich muss mich natürlich auch noch ein bisschen auf den Auten halten. Von, ich habe auch schon öfter mal geschrieben bekommen, ich muss mal das drauf zeigen. Dann mache ich das heute einfach mal. Ähm, da ich sowieso jetzt noch nicht ganz so weiß, was ich machen soll. Hier wohnt ein Lightning Games, aber auch länger nicht mehr da. Sagt mal, er hat mir jetzt geschrieben, er möchte auch wieder öfter jetzt da sein und aufnehmen und so. Ja, das ist ein Haus. Ist nicht unbedingt viel. Oh, mal gucken, gucken wir mal auf eine Terrasse. Stuhl und einen Tisch. Nur mal zwei Stuhl und einen Tisch. Also nicht großartiges. Hier haben wir auch nichts. Ich glaube, hier den Boden kann man auch nicht öffnen. Nö. Oh, cool. Ich habe eine Kommode. Das gefällt mir. Was ich auf jeden Fall weiß, was noch geht, ist hier unten irgendwo. Genau. Hat hier unten seinen Keller. Und dann machen wir wieder zu. So, wir schauen jetzt einfach mal weiter. Auf jeden Fall zum Schluss gehen wir wieder zurück zu meinem Haus und gucken da. Auf jeden Fall hier ist das Haus von, ich glaube, das ist von Xander. Also der macht auch nichts. Gar nichts. Rose und Summon, die machen auch nichts, meiner Meinung nach. Nein, sie machen immer noch nichts. Und hier ist der Failplayer. Der ist ja auch zwischenzeitlich da. Seht ihr dann ja ab und zu mal, wenn wir aufnehmen, dann ist er auch auf dem Server. Hat mir jetzt zum Beispiel in der letzten Folge bei mir, meine letzte Folge, hat er mir ja die Krone gegeben. Ja, sein Haus auf jeden Fall richtig schick. Sieht aus, sieht gut aus. Sieht aus, ja, es sieht aus, genau. Und, äh, ja, man kann natürlich jetzt schlecht überblicken. Ich könnte mich ja natürlich irgendwie, oh, jetzt habe ich wieder gegendet. Das war jetzt aber gerade aus Versehen. Können wir einfach mal ganz kurz uns Stein nehmen. Da Summon und Rose ja eh nie da sind, können wir ja mal ganz kurz hier hoch. Und so sieht das Dorf von oben aus, Leute. Guckt euch das an. Oh, hier machen wir mal kurz F1. So. Guckt euch das an, wie schick das aussieht. Vollmäht das mit seinem dünnen, aber hohen Dach, ne? Also, für die Höhe müsste das Dach eigentlich wirklich, das, so wie das Dach jetzt hier so breit ist, ne? Wie ihr das seht hier im Fahnenkreuz, müsste man das noch zweimal ranhängen. Also, dass man dann dreimal dieses Dach hat. Dann würde das wahrscheinlich passen, wenn nicht sogar viermal. Aber vielleicht können wir ja nicht das so überreden. Vielleicht hat er ja Bock zu. Dann machen wir einfach so ein riesen Haus hier hin. Das wäre natürlich mega geil auf jeden Fall. Ähm, vielleicht baue ich auch mal irgendwann mein neues Haus. Also, ich meine, wir haben ja hier den Mod. Ich möchte ja richtig viel machen. Und wir sind ja hier bei Folge, ich glaube, 75 ist das heute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht, ich habe das letzte Mal die 74 gemacht. Wenn nicht, ist es diesmal die 76. Und klatsch. Oh, ich habe keinen Falschhahn bekommen. Jetzt aber. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt wirklich, ich wollte ja bis Folge 100 definitiv machen. Und vielleicht auch mehr. Je nachdem, wie viel ich Lust habe, wie viel ich Zeit habe. Weil nächstes Jahr will ich richtig loslegen mit anderen Sachen. Also muss ich mal gucken. Ah, hier geht eine Leiter runter, ne? Ne, hier geht keine Leiter runter. Da geht eine Leiter runter. Ähm, gehen wir mal Duffy ins Haus. Hallo, na? Ah, so. Duffy hat natürlich immer gleich ein Fass neben seinem Bett, damit er immer das Schläft trinken kann. Der elende Säufer. Und, äh, ja, sieht auf jeden Fall schnieke aus. Klein, aber fein. Wie gesagt, Meter aus dem Haus müssen wir auf jeden Fall noch vergrößern. Und wir bauen ein eigenes Haus so groß. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall 100 Folgen vollkriegen. Und dann müssen wir mal schauen. Weil wie gesagt, ab nächstes Jahr werde ich kein New Life dann mehr machen, denke ich mal. Denn ab nächstes Jahr, äh, wird dann komplett was anderes, äh, geschehen. Ich hab mir nämlich komplett was ausgedacht. Kein Projekt an sich. Weil ich sag immer, Projekte sind ja immer so richtig was wie New Life und so. Ähm, es war auch eine Art Projekt, aber es hat halt, äh, es ist eher eine Idee, was man so über, was man macht. Also, es ist, wie sagt man das? Es ist halt schwierig jetzt zu sagen. Mir liegt es immer auf der Zunge, aber ich vergesse es immer irgendwie, oder dir entfällt es immer, dieses Wort dazu. Ne? Also, es ist halt zum Beispiel so wie Leute, die sagen, yo, ich mach jetzt so wie ungespielt, hier einfach eine Ender Games Serie. Eine Serie, genau, eine Serie. Eine Ender Games Serie macht. Und ich mach halt auch eine Serie, ähm, aber nicht mit Ender Games oder so, ne? Also, jetzt nicht irgendwie so, ähm, ja, ich will, ich will, ich kann euch ja eine Sache sagen. Ich hab ja mehres ausgedacht, ich will ja eine Road2Pro-Geschichte machen. Also, das heißt, ich will richtig viel PvP spielen, richtig PvP lernen, um mich dort zu verbessern. Also, eine Road2Pro-Geschichte, diese, so eine Serie will ich zum Beispiel anfangen zu starten und, äh, sie machen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich geh jetzt einmal kurz ins Haupthaus. Ich war da lange nicht mehr drin. Ganz lange nicht mehr drin im Haupthaus. Ah, das schöne Haupthaus, ne? Ich glaub, hier bedient sich auch keiner mehr drin oder so, ne? Glaub ich zumindest, dass sich hier nicht mehr so oft jemand dran bedient an den Sachen. Aber das Haupthaus, das war echt schon cool, wie das alles angefangen hat. Ah, das ist cool. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt die Folge beenden, denn wie gesagt, ich möchte das Video eigentlich so gut wie 18 Uhr hochbringen. Deswegen heute nur 10 Minuten, Leute. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, nicht, ich hoffe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich so kurz war und auch wenn ich jetzt, äh, nicht so was Hartes gemacht habe. Also, wenn ich jetzt nicht gebaut habe oder sowas. Moment. Aber, naja. Ich hoffe, auf jeden Fall, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und, ähm, ja, nicht wundert, ich habe gerade kurz an der, äh, Dampfe gezogen. Ich wollte eigentlich so mit tiefer Stimme weiterreden, weil ich das mal so richtig lustig finde. Warte, Moment, ich versuche das nochmal. Hallo, da, wie geht's euch? He, 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 he. Ich finde das immer so lustig. Aber auf jeden Fall, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Ab der nächsten Folge New Life geht's natürlich wieder richtig weiter mit Bounce, Zag, Zag, weil wir wollen versuchen, die 100 vollzukriegen. Und wenn wir die nicht vollkriegen, damit wir wenigstens so viel schaffen, wie es nur geht. Aber ich muss mal gucken. Vor allem vielleicht, vielleicht bringe ich das auch irgendwie ein, dass ich das nächstes Jahr irgendwie nochmal in zwei Tagen weitermache, ETC. Da würdest du bestimmt schon irgendwie was finden. Aber auf jeden Fall, heute war's mit der Folge New Life von mir. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Ciao.